Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yooka-Laylee. Ich muss zugeben, die letzten vier Folgen waren noch vor meiner großen Yooka-Laylee-Pause aufgenommen. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht geschnitten und hochgeladen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe völlig vergessen, dass es sie gab. Als habe ich sie jetzt doch nochmal fertig gemacht. Und hier bin ich jetzt erstmalig nach meiner großen Pause. Und ja, wir wollen jetzt hier mal in aller Ruhe weitermachen. Beim Schneiden der letzten Folgen gestern habe ich gesehen, dass ich am Ende nicht wirklich weiterkam. Dass ich keinen Plan hatte und oh mein Gott. Und ich habe immer noch keinen Plan. Ich habe inzwischen nicht nachgeguckt, was ich da machen kann. Aber ich habe eine Idee. Mit der Zeit lernen wir ja noch neue Moves. Und wir probieren es dann einfach später mit den neuen Moves nochmal alles. Weil wir kamen ja in der Eiswelt nicht weiter, wie man hier sieht. Und ich würde sagen, wir gehen dann am besten erstmal in die Sumpfwelt vielleicht. Die haben wir, soweit ich weiß, auch noch nicht erweitert gehabt. Und spielen wir uns einfach mal so Stück für Stück voran. Und mal gucken. Vielleicht gibt es dann irgendwann noch ein bisschen Backtracking. Und dann gucken wir einfach mal. Mir ist übrigens auch nie aufgefallen, dass es hier diese tollen Weltenschilder gibt. Hier die erste Welt. Die Eiswelt. Ich will jetzt aber in die dritte Welt. Gibt es hier vielleicht auch irgendwie Schilder? Hm. Wir gehen am besten einfach mal los. Ähm. Hier geht es zur Eiswelt. Ich weiß jetzt alles nicht mehr. Übrigens. Ähm. I'm not sorry. Sorry. Ähm. Oh. Ähm. Ja. Äh. Die Steuerung, an die muss ich mich auch erstmal wieder halbwegs gewöhnen. Nicht, dass ich mich jemals an die Steuerung gewöhnt habe. Das soll das nicht heißen. Aber, ja. Einige Tasten weiß ich nicht mehr und so. Wir gucken einfach mal. Ja. Wir gehen das alles in Ruhe an. Ich habe mir hier was zu trinken dazu gestellt. Ich habe mich hier jetzt eingekuschelt. Und wir finden uns da jetzt irgendwie zusammen wieder halbwegs rein. Da muss ich halt gucken. Ja. Wo im Himmels Willen. Ähm. Ja. Die dritte Welt war. Ich würde auch nichtsdestotrotz mal gerne den Sound ein bisschen leiser machen wollen. Eine Sekunde. Ich spiele mal ganz kurz. Äh. Ich kann nicht über meine Tastatur den Sound leiser machen. Das ist ja traurig. Da muss ich kurz aus dem Spiel tappen. Oh. Und professionell. So. Da bin ich wieder. Ja. Den Sound ein bisschen leiser machen. Dass er mir nicht ganz so die Ohren weg sprengt. So. Äh. Hier. Ich würde gerne in Welt 3. Wie schlage ich nochmal? Ah. Coole Sache das. Ah. So. Äh. Ach. Hier. Da geht es zur Welt 3. Das hat Welt 3 für ein Symbol. Okay. Gut. Gehen wir mal hier hin. Ach. Eine Tentakel ist das. Das habe ich es erkannt. Gut. So. Welt 3. Hier irgendwo. Haben wir die? Ich glaube wie gesagt die haben wir noch. Sag mal. War diese Hinweisschilder für die Welten schon immer da? Die fallen mir wirklich erst jetzt auf. Das ist Wahnsinn. so. Ja. Äh. 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 Gehen wir mal davon aus. dass wir dies noch nicht Tartin. Äh. Scheiße. Dass man mal das sieht was vor einem ist. So. Wo geht es jetzt hier zur Welt 3? Äh. 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 Das ist ja wirklich Idiotensicher. Das ist das perfekte Spiel für mich. So. Wie ging das mit diesen Dingern hier oben? Wie war denn das? Warte mal. Man konnte doch irgendwie... wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Da war noch hier diese... Da. Wartet mal. Ne, 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 ne. Wie ging denn das nochmal? Ach Gottchen. Ähm. Ich überlege gerade. Man konnte doch irgendwie da mit der Zunge sich an die Dinger da dran hangeln. So ging das doch. Aber wie genau das funktioniert hat, weiß ich auch nicht mehr. Komm ich irgendwie anders hoch? Äh. Also ich würde hier gerne als Idiot hochkommen. Nicht als normaler Pro-Game. Spiel doch was da. H2O only. Okay. Ähm. Ja. Wie komme ich da jetzt hin? Äh. Wie habe ich denn das? Hm. Hm. Vielleicht da? Boah, ich weiß das alles echt nicht mehr. Es tut mir so leid. Warte mal. Hier, warte mal. Kann ich irgendwie... Ah. So ging das. Sehr gut. Hier komme ich nicht rein. Boah, wie ging denn das alles nochmal? Es tut mir so leid. Ähm. 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 Hm. Ich würde gerne da hinten auf das Ding hoch. Komme ich da von... Komme ich da von einem Buch aus hoch? Oder ist das zu weit weg? Wir probieren es mal aus. Ah ne, das geht sogar. Ähm. Von hier aus? Ne, das ist zu weit weg. Wie? Wie komme ich da hoch? Hm. Hm. Ah. Perfekt. Okay. Noch einfacher als gedacht. So. Oh, da geht es zu Welt 4 und 5. Warte mal. Da würde ich mal ein bisschen... ...schniegen. Uh. Ah. Da würde ich kurz schniegen. Ach stimmt, die haben mal Schaden gemacht. Schneegi sein. Okay. Das... Welt... ...Pier? Das sieht aus... In der Mitte, das sieht aus wie ein... Aber gab es hier irgendwie auch Eko-Perspektive? Es gab doch hier irgendwie auch... Wie süß. Guck mal. Die machen jetzt lustige Moves. Oh. Süß. So, nein. Aber ich will, dass sie hier... Eko-Perspektive? 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 Ging nicht irgendwie die Eko? Ah. Die Eko-Perspektive? Ah. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das ging. So, äh... Das Obruch sieht aus wie irgendwie ein, ähm... Von einem Schiff. So ein Lenkrad. Von einem Schiff. Ein Steuerrad. Und oben und unten sind so von... Skat-Karten oder... Von allen möglichen Kartenspielen. Kennt ihr ja so Symbole? Und unten, das ist irgendwie... So weltraumäßig. Ein Saturn. Da bin ich mal gespannt. Aber es geht doch hier irgendwie... Ah! So ging die Eko-Perspektive. Okay. Aber das brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Also egal. So, okay. Äh... Wieder genug Zeit totgeschlagen. Wir gucken mal hier. Man kann auch hier das Ding irgendwie noch vergrößern. Ja? Ihr braucht acht von uns Pages, um diese Welt zu erweitern. Möchtet ihr den, ähm... Trauerlapirin-Sumpf erweitern? Ja, 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 ja. Klar, klar, ja. Ja, gerne. Machen wir das mal. Ja. Coole Sache, das. Jo. So. Ja, dann schauen wir mal. Ding, ding. La, 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 la. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch Moves gibt in dieser Welt. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wir gehen einfach mal jetzt hier durch und gucken. Ganz entspannt. Hihihi. So, ja. Hieran erinnere ich mich auch noch. Hm. Excel nutzen Pages, um Welt teurer zu machen. Weitere Herausforderungen warten. Ach du Scheiße. Bitte keine Herausforderungen. Oh, mein. Oh, so viele neue Möglichkeiten für mich zu versagen. Ist ganz kammer worden. Ich will jetzt sowas von versagen. Oh Gott, ich will mir das gar nicht... Leute, Leute. Wollt ihr euch das wirklich antun? Leute, sagt mal ernst. Bleibt da ernst. Das ist doch furchtbar. Warte mal. Dann muss ich hier extra nach oben gucken irgendwie, damit ich das alles... Ja, okay. So, ähm. Da unten gab es die. Ich laufe... Weißt du was? Ich mache es einfach so. Ich laufe einfach neben der Welt her. Das ist der Trick. Kann ich eigentlich hier so rüber? Wartet mal. Boah. Man kann hier bestimmt aus der Welt hinten rausfallen. Wie gemein. So, äh. Wo war denn der ganze Spaß, den er uns jetzt gerade gezeigt hat? Oh, da hinten ist ein Ghost Rider. Da hinten war ich noch nicht. Oder ist das jetzt... Ist das jetzt schnell dazugekommen? Oder war ich da einfach noch nicht? Das weiß man immer nicht so genau. Weil... Hier kam er doch 100 pro Feuer schon lang. Was ist das für ein Ghost Rider? Das sieht aggressiv aus. Wie mache ich denn nochmal hier dieses... Dieses... Bing, 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 bing. Genau das. Wir warten das nochmal. Ah, jetzt. Na komm, da komm, da komm, da komm. Boah, ich bin so dumm. Na komm, da komm, da komm. Ich muss ausweichen. Ha, so. Prima, du hast ein neues Turnikum. Ein neues Turnikum. Okay. Komm, wir schon mal besuchen. Ja, ich habe ein neues Turnikum freigeschaltet. Und soll sie besuchen kommen? Ja, können wir gerne machen. Was höre ich denn hier? Da unten sind so ein paar Schmetterlinge. Die hätte ich gerne, aber... Ich bin aber nicht näher ran. So, wo ging es denn jetzt hier weiter? Da hinten? Nee. Da war dieses dumme Labyrinth. Das weiß ich noch. Wartet mal. Hm. Ich mache mir gerne von hier oben erstmal so einen kleinen Überblick. Hm. Und mein Überblick verrät mir, dass ich mir nicht wirklich einen Überblick machen kann. Nein, vielleicht ein Knopf. Aha. Du hast eine Mütze auf. Du bist wieder der Beste hier, ne? So. Huh? Das klingt jetzt komisch, aber ihr hört euch so an, als ob man aneinander euch lecken könnte. Und ja, ich habe gesagt, ihr hört euch so an. Ich höre gerne an Pilzen und lecke dann an ihnen. Was? So, äh... Äh... Was ist denn hier jetzt los? Das ist sumpfig. Hm. Genau. Hier war... Fand ich dieses dumme Labyrinth, wo ich hier so verfolgt wurde? Hi. Sag bitte nicht, dass ich nochmal sowas machen muss. Hey, Olli. Wir haben es zum Pagy am Ende des Labyrinths geschafft. Oh, schön für euch, wenn ihr beide dieses Labyrinth gemeistert habt. Äh... Gibt es ja vielleicht doch noch Hoffnung für den armen Olli? Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine Herausforderung in diesem Spiel schaffen würdest. Äh... 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 Armer, armer Olli. So, wo ging es denn jetzt hier weiter? Wo ist denn die Erweiterung? Wo haben wir das denn jetzt hier gemacht? Und ihr denkt euch jetzt bestimmt so... Geht doch da an da lang. Da geht es weiter. Aber ich weiß das ja nicht, weil ich es ja noch nie gespielt habe. Hat das schon irgendwas verfolgt? Nö, ich denke mal so... Was ist hier so drin? Oh. Das brauche ich gar nicht. Egal, ich esse es trotzdem. So... Ähm... Wird es denn hier ein bisschen sumpfiger, Freunde? Ich... Ich brauche eh sumpfiger. So, äh... Nö. Na, wo ist denn hier diese sagenumwobene, ähm... Erweiterung? Hier, genau. Hier waren irgendwie diese Pilzköpfe, die ich irgendwie kaputt hauen musste. Da! Da geht es weiter. Perfekt. Da gehen wir dann gleich mal hin. Und wir können auch hier mal... Unsere neuen Turnikum erkunden. Hey. Hi. Was haben wir denn freigeschaltet? Hey, Kinder! Seid ihr bereit, ein neues Turnikum anzulegen? Ja, Mann, ey. So, was haben wir denn jetzt hier Neues? Äh. Was erhalte einen Schmetterlingsgesundheitsplatz? Nee, Superkracher erhalte einen mächtigeren Kumpelkracher. Am Sammler fehlt er nur mit Jukas Echsenpeitsche. Aha. Spüre, wenn seltene Objekte in der Nähe sind. Sturzsicher. Oh, das klingt interessant. Ich glaube, was haben wir denn dazu bekommen? Sturzsicher? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe gerade keine Ahnung. Was war das hier? Kugler. Räufer braucht weniger Energie. Also, Sturzsicher überlege ich mir mal vielleicht für später. Das klingt nämlich gar nicht mal so schlecht. Aber man kann ja immer nur ein Turnikum nehmen. Deswegen lassen wir das jetzt hier erstmal so, wie es ist. Okay, wir müssen dahin da irgendwie. Ich habe nach wie vor keinen Plan. Wir gehen einfach. So. Möge das Trauer... Spiel beginnen. Ach, da hinten springt was rum. Okay, mir egal. So. Oh, sie gehen stetig unter. Oh Gott, das wird zu furchtbar, Leute. Seht ihr es? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, da kommt noch Feuer raus. Ich habe es schon vor uns gesehen im Augenwinkel, aber ich habe nicht hingeguckt, weil ich doof bin. Okay, ganz ruhig. Okay, gut. War jetzt irgendwie noch halb so schlimm. So. Mein beäugter Freund. Äh, was machst du? Äh. Hör auf damit. Oh, was ist denn hier? Äh. Äh, was? Äh. Warum ist hier... Wo, 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 wo bin ich? Ähm, Ego-Perspektive? Äh. Aha. Aha. W-w-w-w-was ist das? Warum bin ich hier in dieser Ecke gelandet? Und... Kann man hier irgendwas machen? Hier oben sind so komische kleine Stacheldinger. Die machen bestimmt Schaden, wenn ich dann gegenspringe. Und die eigentlich würde Susan das jetzt ausprobieren wollen und dagegen springen wollen. Aber... Euch zuliebe mache ich es mal nicht. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie Schaden machen. Wobei, machen die Schaden? Ja. Okay, ich habe es auch gemacht. Ich konnte nicht anders. Ähm... Sooo... Okay, ja. So wird das... Oh, ja. Es macht Schaden. Gut. Äh, ja. Jetzt... So nur. Achso, ja. Da hinten. Nee. Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Wartet mal. Äh... 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 Boah, bist du behindert? Äh... Okay. Ähm... Könnte man irgendwie höher springen? Ah! Okay, kann man. Cool. Äh... Oh, wartet mal. Äh... Optionen. Kann ich irgendwie meine Steuerung weniger empfindlich machen? Vibration! Druck an, aus... Rollen an, aus Modus. Nee, ich würde gerne meine... Ähm... Nee, ich kann das nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich irgendwie viel zu empfindlich auf meine... Ähm... Auf meinen Dings. Auf meinen Controller reagiert. Warten, das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Weil dann wirklich... Ich muss so leicht dagegen tippen und dann rennt er schon halb los. Ähm... Das finde ich ziemlich unangenehm. Wartet mal. Ähm... Okay. 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 Ich spüre die Karte. Ich spüre all diese... Genau. An die wollte ich jetzt ran. Okay. Ist jetzt hier noch irgendwas Interessantes für uns? Wir gehen am besten erstmal weiter, ne? Hinten sind da noch doch diese lustigen Seerosenblätter, die sich so unglaublich nervig drehen. Na komm her, komm her. Komm her. What? Das kam unerwartet. So, und nun? Okay. Die sehen irgendwie auch ziemlich crumpy aus. Ich weiß nicht, was ich von denen jetzt halten soll. Hey, hey. Darf ich eine lecken? Uh! Was ist denn jetzt los? Okay. 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 Ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich hier halb am Verrecken bin gerade. Aber... Ich gucke mich trotzdem in aller Ruhe um. So, oh. So, und dann? Kann ich komisch hier so hoch? Wenn ich mich nicht ganz so dumm anstelle? Ne, es ist genauso abgepasst, als es nicht geht. Okay, aber was mache ich hier? Ah! Okay. Komm, warte mal, komm ich hier hoch? Natürlich. Und dann? Äh, da ist ein Käfig. Ich glaube, ich glaube, das war da hinten, oder? Ja, das war da hinten. Hm. Ich glaube, da oben ist momentan eh noch nichts drauf, was für mich irgendwie von Relevanz wäre. Okay. Nur warum komme ich hier hoch? Und was will ich hier oben? Ist hier vielleicht noch irgendwo was Interessantes? Ich gucke mich hier nochmal ganz ruhig um. Da hinten sind ein paar Federn, die sehen ganz interessant aus. Hm. Ist vielleicht dahinter noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht ganz sehen. Ich glaube, ich auch so beabsichtigt. Okay. Okay. Hier ist soweit erstmal nichts. Oder würde ich sagen, wir gehen hier erstmal nicht weiter. Wir gucken mal hier vorne. Wartet mal. Kann ich mich hier so... Hm. Wie komme ich denn? Vielleicht hier? Ja. So. Ich muss mal ganz schnell die Federn einsammeln. Hier glitzert irgendwas. Ich höre es glitzern. Ich höre es glitzern. Hier muss irgendwo eine Page in der Nähe sein. Hier oben? Guck mal kurz. Ah. Da ist sie. Dafür muss ich aber erstmal irgendwas machen. Sie sieht mir ziemlich eingesperrt aus. Ich kann sie nicht richtig sehen, weil Kamera des Todes. Da oben, da ist Feuer. Wartet mal. Kann ich irgendwie mal in die Ego... Aha. Da ist irgendwie... Feuer. Die Sache wäre wesentlich einfacher, wenn ich mal ordentlich über mich gucken könnte. Kann ich hochspringen? Ja. Hm. Da ist ein Knopf beim Feuer, ne? Ich muss da bestimmt dann irgendwie auf Zeit oder so wieder schnell hochrennen. Wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich gucke gerade. Da hinten geht das Feuer aus. Und dann geht das Feuer da aus. Dann geht das Feuer da aus. Und da bleibt das Feuer aber an, ab dem Punkt. Warum bleibt ab dem Punkt das Feuer an? Was muss ich denn tun, um das Feuer auszumachen? Oh Gott. Oh mein Gott. Ähm. Ähm. Da muss ich dann hier Stück für Stück hochspringen. Aber irgendwie muss ich mit dem Feuer trotzdem. Hm. Naja, das werden wir noch mal rausfinden. Irgendwann eines Tages. So. Jetzt sind wir aber trotzdem hier oben jetzt. Die Frage ist, wo geht es weiter aus? Da hinten, das sieht schon mal gut aus. Ähm. Wo kommen wir denn? Wir kommen von hier, ne? Ja. Ähm. Das können wir im Moment noch nicht. So. Genau. Hier sind wir jetzt hoch. Und hier kommen wir jetzt hier runter. Genau. Hm. Hm. Wow. Drei Leben. Still alive, bitches. So. Jetzt kann ich mal versuchen, da irgendwie hinter zu kommen. Ist das irgendwas da hinten? Ne, eine Röhre. Okay. Was zum Fick hab ich getan? What? Okay. Man kann da in die kleine Nische reinfallen. Gut. Gut zu wissen. Danke. Ich dachte, hier wäre alles voll mit Stein. Nein. Das ist eine kleine Lücke dazwischen. Och. Ich bin so doof. Okay. Oh, das Ding geht ja runter. Oh, ist das alles fies. Das ganze Spiel ist fies. Wartet mal. Halt halt, stopp. Ist das, ist das, ist das Sumpf, der Schaden macht oder kann ich da draufstehen? Was ist das Schaden oder kann ich draufstehen? Das sieht eklig aus. Ich kann, glaube ich, draufstehen, oder? Ja. Ich hab hier schon so voll die Trust-Issues. Ich bin schon voll am Ende hier. Äh. Okay. Wie klipst du jetzt wieder? Ich stampf einfach mal drauf. Wir gucken mal. Hilfe! Capital B hat mich hinter diesem grauenhaften Plattformkurs gesteckt. Das würde mich auch an kurzem. Ihr müsst schnell sein. Wenn ihr dieses Zeitschloss öffnen wollt, müsst ihr mich verarschen. Ich bin sowas von am Arsch. Ja. Okay. Ähm. Wir müssen einen kleinen Parkour rennen. Natürlich wisst ihr und ich weiß es, dass es eine reinste Katastrophe sein wird. Ähm. Trotzdem muss ich es leider probieren. Allerdings, wenn ich auf die Uhr gucke, probieren wir dieses Chaos erst in der nächsten Folge. Das, äh. Ja. Ich möchte jetzt ein bisschen Pummel her schieben. Und, ja. Ich bedanke mich bei euch fürs... 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 Fürs Zusehen. Und sag dann mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Jumé, let's play Tuka Lady. Mal gucken. Ich kann es kaum erwarten. Och, du Scheiße. Da geht ja direkt das Ding runter. Ne, warte mal. Was passiert denn hier? Okay, ja. Man muss direkt los. Ey, das ist halt eine fiese Scheiße hier. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.